Willkommen, Bürger und Scharlatan, zu Let's Play, Warma 40.000 Warma 40.000, Darktide. Wir sind kurz vorm Level 25, das machen wir heute. Und wir gucken mal, was Schönes auf dem Plan haben. Eine schöne Dreier will ich haben. Eine schöne Dreier. Schmelzofen mit weniger Gegnern. 4.000 Forschungspunkten, mhm. Aber hier, Raffinerie Delta 17. Raffinerie Delta 17, was haben wir noch? Frachtbereich, Hauptzug. Tresorraum. Ich finde es nicht so spannend, das haben wir hier. Relaisstation, TRS, haben wir Relaisstation schon gespielt? 5.000. So, das ist aber hoch Level. Ähm. Dreierstufe mit Menge Gegnern, oder? Oh, komm, geh mal in den Schmelzofen. Oh, komm, geh mal in den Schmelzofen. Mal gucken, bußen, haben wir mich abgeschlossen? Oh, klasse. Oh, okay. Geht los. Wen haben wir? Wir haben den Diggot. Okay, Sunika. Und Death Atonement. Warne. Oh, Guns Ghost. Drei Scharfschützen und einem Skizid. Kinetiker. Naja, das kann doch was werden. Wir haben alle Energischwerter. Wow. Mal gucken, was wir nicht mehr tun. Okay. Du bist inbound zum Manufaktorium HL-1736, wo die Heretics haben die Privatrachter ausgeliehen. Es gibt eine Dämonische Intrusion. Das ist wahrscheinlich wahr. Es geht nicht. Es geht nur um den Schmelzofen. Okay. Wir können nicht zu viele Lehmann-Russ-Battle-Tanks haben. So können HL-1736 zurückkommen, in Ordnung, ASAP. Mach mal. Okay, wir haben Bockweil. Wer ist rausgeflucht? Halt. 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 Ja, das wird Spaß. Atmosphere-Scrubbers sind funktionierend. Das ist ein temporaryer Malais. Ja. Das ist ein verbauch. Danke. Die Verkaufung. Die Verkaufung ist nicht so schön. Es wird ein Stück anders sein. Es muss manu-faktoren sein. Ich gehöre für die Verkaufung. Das ist der schnellste Weg zum Komplex. Es wird schnell bis zum Schmolter. Ja, das ist nicht so großartig. Wir sind so großartig. Oh, ich bin so großartig. Das ist nicht so großartig. Aber wir können das nicht so großartig. Das ist nicht so großartig. auskranker ganz schön oft Hör mal auf! Oh, Bombe! Der war ein Rückweg, das ist ja schön Ich meine Ojaか Wir haben so viele Feuerkraft, unglaublich. Okay, wir haben einen Tango-Shopper, ich bin auch gut. Ja, ich weiß nicht, wir liegen einfach bis jetzt. Ist das schön? Komm, komm, komm. Ah, wo ich da war. Do your duty. So. Der Mutantie. Keine Chance. Weiter. Wir haben den Koffer mit. Was? Wir haben wohl Moher eingezogen. Wir haben wohl Moher geschaffen, okay. Okay. Wir haben uns gut gefeilt. Wir haben uns gut geholfen. Ein bisschen. Wir haben uns gut geholfen. Es ist gut, was ich da? Es ist gut, was ich da? Was ist der da hinten? Wir sind tot! Was hat er denn angestellt? Alter! Wir sind tot! Hör uns! Er hat sich immer wieder anrufen. Er hat sich immer wieder anrufen. Aber wir sind nicht mehr anrufen. Worse than the rules! Wir sind zusammen! Wir haben das gemacht! Elefate ist in position. Zeit zu gehen, Mother B. Was ist das? Ok. Hard run. Nicht gut. Jetzt haben wir einen Soundbuck, aber gut. Nehmen wir so. Nehmen wir so hin. Nehmen wir so hin. Das ist schreckend, dass ich hier nicht schreien. Das ist schreckend, dass ich hier nicht schreien. Fertig! Oh, ich weiß nicht, dass ich mich nicht verpillen kann. Was? 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 Hammer. Ich muss nur noch an die Taste gewöhnen, an meine Sprachliste. Oh! You're entering the smell of a superstructure. Find a way down. Initializing. Commence dispensation of medicates. System fair. Auf der Medel färben. Ah, der Musik ist immer noch aus. Können wir mit dem Bewegungsgeräusch genießen? Okay. Readying kill shot! I'm out! I'm digging in. die unangriff da da im aus so die stelle zwar ist der wissheit nicht schön das ist ja auch so rund Rettet, rettet, rettet Dado, rettet, rettet. Abtlusiv guessed it weg Dada. Dada winne tommy up Neen wemut Untertitelung der Audioqualität nicht möglich wo ist er, wo ist er, er rennt hoch ok, nehme ich mit, danke mir gehts nicht allzu gut, aber gut, wir schauen mal weiter gehts ich höre ein Hound Sparrow geht, komm her an wir neutralizieren die Hound wir sind die Hound ja komm Das ist doch okay, naja. Ah! Ammunition! It's been about time. Still can't believe Kadya's gone. Get around him! It burst a great rip. How's that even work? The battle raged across the old segment. Kadya fought the front. I like that. Yeah, that's fine. Kadya's going to open the door. Kadya's going to open the door. Was ist das? obliegen ist nicht da vorne schon haben wir es geschafft Sniper Die Munition ist echt lustig, ja. Ja, aber Munition sollten wir schon haben, ne? Was soll man mal nehmen? Wo ist er? Da ist er! Okay, dann sieht er halt wieder aus. Der ist wieder! Oh, blabber. Hey! Oh! Ah, das haben sie mir voll ab. Hm, das könnte auseinanderfallen. Okay, das sind wir hier zu dritt. Zu viel? Okay, das war's. Wir sind's. Im Arsch. Scheiße! Da hab ich jetzt nicht aufgepasst und wir waren nicht zusammen. So, erwisst. Na ja, gut passiert. Reicht das? Äh, braucht 2.000 Punkte? Erfahrungspunkte? Ah, das reicht leider nicht für Level 25. Mein Gott! Ah, ärgerlich. Gut. Nächste Runde. Egal, was schaffen wir oder nicht. Level 25 kommt. Haben wir gemerkt, wann wir nicht zusammen waren und angeschlagen, hat uns das sofort zerlegt. Hier geht es um ganz ähnliches, was für ein paar Tage Zeit. In dem der Zeit. Das ist wirklich richtig gut.